Hallo ihr Hübschen! Es gab schon lange kein oder weniger Videos oder überhaupt was zusammengeschnittenes, denn erstens war ich ein paar Tage bei meinem Schatzi, zweitens hat es viel geschneit und drittens bin ich auch etwas gerutscht. Ich gebe zu, wo ich durch den Schnee fahren wollte und bin dann doch da geblieben, wo ich war, damit ich noch hier bin. Denn der erste Gedanke kam eigentlich so, ich fahre jetzt, ich fahre jetzt einfach, ich fahre jetzt einfach, egal wo ich dann lande, im Graben vielleicht. Aber nein, ich bin dann doch umgedreht und bin da geblieben, wo ich gewesen bin. Soviel dazu. Dann habe ich hier einiges geschafft in meiner Wohnung. Ich gebe es zu, etwas zumindest. Ich habe noch zwei Körbe da stehen, die mit Papier gefüllt sind, die noch entsorgt werden. Dann habe ich gestern noch, das habe ich alles nicht gefilmt, weil man muss ja irgendwie mal weiterkommen, noch einen Altkleidersack voll gemacht, weil ich gedacht habe, noch ein paar Schränke leer, das ist ganz fein. Und dann bin ich dabei, Listen zu formulieren, Listen zu schreiben. Erstmal überhaupt eine Wunschliste für nächstes Jahr, dann noch Listen, die ich überhaupt abarbeiten möchte dieses Jahr. Also ich habe hier schon Zettelchen und Stiften. Und auch, was ich noch für Videos machen möchte, bis vielleicht Weihnachten, wenn ich es schaffe, was ich ja... Naja, mal schauen. Ich nehme mir die Zeit, ich gebe mir die Zeit, wie auch immer. Was wollte ich noch sagen? Genau. Dann habe ich vor, wirklich so eine schöne große Wunschliste zu schreiben. Denn es kommt mir... Ich bin halt gerade so kreativitätmäßig ganz toll dabei, so im Gedanken. Und auch meist in der Nacht. Denn die letzten Nächte habe ich wieder weniger geschlafen. Da war ich gefühlt eigentlich die ganze Nacht wach, weil ich die ganze Zeit über alles Mögliche nachgedacht habe. Oder überhaupt formuliert habe, wie auch immer. Und dann war ich irgendwie geredet. Also vorher, ich kann euch erstmal sagen, dass es zwei Nächte waren. Eine Nacht, da habe ich so gefühlt zwei, drei Stunden geschlafen. Ja. Und da ging es mir an dem Tag, also ganz gut. Also irgendwie war ich weniger müde, also so ganz gut aktiv. Und dann die nächste Nacht konnte ich dann wieder etwas mehr oder weniger schlafen. Also eigentlich mehr als vorher, so gefühlt. Und ja, den Tag über war ich eigentlich sehr, sehr müde. Leute, ich habe gedacht, ich gehe Mittagsschläfchen machen oder so. Und dann, das war wirklich, das war gestern. Das war übrigens gestern der Tag, wo ich mich so müde fühlte und gedacht habe, ich gehe jetzt ins Bett. Ich mache hier nichts mehr. Ich lasse alles stehen und liegen, wie in der letzten Zeit auch ein bisschen. Dann habe ich aber mir so einen Wunsch, den ich schon einen Tag davor hatte, dass ich in die Badewanne wollte und ja, so ein Entspannungsbad sozusagen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ich habe gedacht, bevor ich jetzt ins Bett gehe und wieder den halben Tag verschlafe, gehe ich jetzt so eine halbe Stunde oder so in die Wanne und mal schauen, was dann kommt. Und ja, dann war ich halt so, weiß ich nicht, denke ich mal, eine halbe Stunde in der Wanne. Und danach bin ich mit meinem Hund gegangen und danach war ich wieder wach. Also da wurde ich wacher sozusagen. Und dann habe ich hier etwas getan. Halt, wie ich gesagt habe, ein Kleidersack, ein paar Körbe mit Papier. Ich habe mir sogar was gekocht. Ich gebe es zu. Irgendwann kam ich auch dazu, mir mal was zu essen zu machen und was zu kochen. Und habe das natürlich auch gegessen. War ganz begeistert von mir wieder. Ja. Ich gebe es zu und irgendwie denke ich mir gerade so, vielleicht ist das Licht doch zu viel. So. Es ist also, ich habe hier gedacht, ich mache hier so, ich mache uns mal hier Licht, ne. Damit man mich mehr sieht. Aber irgendwie denke ich gerade so, das sieht ein bisschen, naja. Ja, ich sage, es ist ja dunkel draußen. Es ist ja die dunkle Jahreszeit. Vorhin war zwar zwischendurch ein bisschen die Sonne draußen. Aber die ist jetzt wieder weg. Tut mir leid. Aber ich bin ja da. Ich bin ja dafür da, die Sonne scheinen zu lassen. Das wollte ich euch einfach nur erzählen, dass ich fleißig dabei bin. Wunschliste oder, ich sage mal, Veränderungsliste oder Abhackliste. Ich habe nämlich noch eine andere Liste. Die liegt jetzt da vorne. Wo ich habe mich angefangen, dann mache ich das immer so. Schreibe ich immer so stichwortartig, ja. So mache ich mal so ein Häkchen, ja. Also so schreibe da was hin. So, ne. Und dann mache ich hier so einen Kreis. So, wie meinst du sehen? Mach da so einen Kreis hin zum Abhaken, ne. Also das ist so der Pfeil. Dann schreibe ich meine Sache auf, die ich so machen möchte. An dem Tag oder überhaupt. In der Woche oder überhaupt. Wunschmäßig. Und hake das dann, kann das ja sozusagen abhaken. Und wenn ich dann so einen riesen Satz schreibe. Oder mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie da drin stehen. Hacke ich halt einfach immer nur das ab. So, wenn er staubst. Oder putzen, staubsaugen oder was weiß ich. Habe ich zumindest 2015 so gemacht. Oder 2014, wo ich dann irgendwie weniger mit mir klarkam. Und mit meinen, mit meinen, ja, mit meinen Sachen, die ich machen wollte. Weil ich einfach weniger Zeit hatte. Und nicht nur Zeit, sondern weil ich einfach so meinen, 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 meinen Wunsch. Jobs, ja, hinterher war. Und meistens in der Zeit von meinen Arbeitgebern vielleicht so eine oder zwei Stunden Zeit hatte. Ähm, um zum nächsten Arbeitsgeber zu kommen. Und mir eine Pause zu gönnen. Oder die Pause, ähm, oder meine Pause für meinen Haushalt gut zu verrichten. Habe ich das dann halt gemacht. Also meistens bin ich dann, äh, die hoch, also das Hochgefühlte. Also 2014 und 2015 war das wirklich das Hochgefühlte. Bin ich, äh, wirklich um halb vier morgens. Also um 3.30 Uhr aufgestanden. Habe noch vorher meine Wohnung gewischt. Bin, äh, gut eine Stunde mit den Hunden gegangen. Und war um 5.30 Uhr schon beim ersten Patienten. Und habe dann meistens, ganz darauf an, wie die, äh, Lage der, äh, Jobs war, bis, ähm, 20 Uhr gearbeitet. Hatte dann meistens auch wirklich, äh, gute Stunde oder anderthalb Stunden Zeit. Oder gefühlt zwei Stunden. Also höchste der Gefühle waren zwei Stunden, äh, Zeit, entweder etwas zu essen, meinen Haushalt zu verrichten und mich um meine Tiere zu kümmern. Und das meiste war dann, also das erste war immer das, äh, das letzte jetzt, war das erste. Denn ich bin nämlich nach Hause gefahren und bin dann mit meinen Hunden gegangen. Ähm, und habe dann irgendwie zwischendurch noch was gegessen. Und, äh, ja, entweder gespült oder gewischt oder gesaugt oder was auch immer noch anlag. Und habe dann gesagt, ja, das habe ich gemacht, weil, ja, mein, mein größter Wunsch war, ja, ab 2005, den ich aufgeschrieben habe, überall und nirgends. Ich gebe es zu. Es ist immer noch in mir irgendwie, weil ich mich gerade so darüber so freue, dass ich mir so einen Wunsch erfüllt habe, so ein arbeitsreiches Leben. Ich wünsche, also, Leute, passt auf, was ihr euch wünscht. Das war wirklich, das habe ich wirklich aufgeschrieben. Äh, ich wünsche mir ein arbeitsreiches Leben. Leute, und ich habe es jetzt gerade schon wieder getan, weil ich habe ja davor schon in ein anderes Video darüber gesprochen, dass ich mir das gewünscht habe. Und es kommt immer noch irgendwie hoch, weil ich so begeistert bin über meinen Wunsch, den ich mir so erfüllt habe, Leute. Wirklich, von 2008 bis 2016 habe ich ein arbeitsreiches Leben gehabt. Ich habe mich voll der Arbeit gegeben, ganze Zeit, vier Wochen meistens durchgearbeitet. Kaum Urlaub oder wenn ich Urlaub hatte, habe ich mir den auch weniger gegönnt, weil ich dann bei dem einen oder anderen Betrieb weitergearbeitet habe, weil es meistens oder oftmals vorkam, dass ich, ähm, ja, vielleicht vergessen habe, bei dem anderen Betrieb Bescheid zu sagen, ich möchte doch gerne in der Zeit Urlaub haben oder frei haben, wobei das auch manchmal weniger möglich war, weil, ähm, ja, die Betriebe können sich ja weniger abstimmen, wann ich halt Urlaub haben kann, ne, dass es auch Urlaub dann ist, ne. Naja, ich war halt von mir begeistert oder bin von mir begeistert, dass ich das irgendwie gemacht habe und geschafft habe. Das wollte ich doch mal gesagt haben. Ich gebe es mal zu. Das kommt mir halt gerade die ganze Zeit. So vor Weihnachten, so gehen halt auch die ganzen Arbeitsbetriebe und, ähm, fröhlichen Sachen so durch den Kopf. Ähm, da ich nämlich, damit ich das mal auf den Punkt bringen möchte jetzt, auch so eine Wunschformulierung gerade verändere für mich, was ich in Zukunft, also, oder womit ich in Zukunft mein Geld verdienen möchte. Denn in diesen Berufen, die ich jetzt sozusagen in den letzten Jahren so ausgefüllt, äh, vertrieben habe mit mir und meinem Körper, ähm, habe ich eher weniger das Bedürfnis, in diesen Berufszweigen, ja, weiter, äh, die Energie reinzuschieben. Wirklich, Leute. Denn, äh, nicht nur immer, sondern ich habe es dieses Jahr einmal für 10 Tage ausprobiert, nicht nur ausprobiert, sondern ich habe es 10 Tage gemacht und habe in diesen 10 Tagen 6 Kilo abgenommen. Und ich habe mir dabei gedacht, wenn ich jetzt weiter in diesem Bereich arbeite, bin ich schneller von meinen Kilos weg, als, äh, ähm, ich mir es überhaupt erwünscht habe. Und zweitens, ähm, ja, habe ich auch, ähm, ja, wieder dieses Gefühl gehabt, oder nicht nur das Gefühl, weil mein Körper mir dann gesagt hat, irgendwann, oh, ja, mir tut schon, das Kreuzwirbel tut mir schon weh, ich, äh, ähm, ja, ähm, ja, und überhaupt, und keine Ahnung. Und, äh, es ist immer noch Personalmangel. Und, ähm, ja, ich habe mich gut eingebracht, denke ich, hoffe ich. Nicht, denke ich. Ich, ich weiß es, und hoffen braucht man auch nicht mehr, weil ich weiß, weil ich es ja von vielen Menschen, die ich, mit denen ich dann da so so gearbeitet habe, es gehört habe, zumindest war es so mein Gefühl. Und ich glaube es, dass es auch richtig war, so das Gefühl und das Ganze. Ja, und deswegen bin ich dabei, stark dabei, das anders zu machen, und überhaupt nicht nur anders, sondern meinen Kindheitswunsch, Traum, wie auch immer, vielleicht, äh, nicht vielleicht, sondern in Wirklichkeit zu bringen, also in, überhaupt, dass ich das, äh, ja, ich freue mich schon drauf, das alles zu machen, was ich mir so noch, äh, erfüllen werde. Und, ähm, ja, so viel dazu. Und, äh, jetzt beende ich dieses Video, weil ich habe jetzt wirklich viel gequatscht, Leute, glaube ich, zehn, zwanzig, zwölf Minuten, sind es schon, ähm, das wollte ich nur erzählt haben, ob ich jetzt nochmal, also ob es diese Tage noch einen Flock gibt, oder ich meine, so ein, wie auch immer was zusammengestellt ist, äh, weiß ich gerade weniger, weil ich bin hier in meine Wunschlisten-Schreibformulierung voll drin und meine Abhack-, also meine Abhack-Liste hier steht jetzt, also das ist nur, das ist nur so ein Beispiel, strich, dringend, ihr könnt das ja alles anders machen, ne, wie ihr das macht, das ist ja, ähm, auch eure Sache. Ich mache das halt so, ich habe jetzt, ich habe jetzt den Wunsch, mir meine Abhack-Liste zu schreiben, ähm, damit ich noch irgendwie bis Weihnachten äh, oder Silvester es irgendwie abgehakt habe, es zu, äh, zu, gemacht zu haben. Ähm, ja, und eines wollte ich euch noch sagen, was ich, was drei Wünsche, die ich mir dieses Jahr noch erfüllen möchte und werde. Also, der erste Wunsch, ähm, ist halt nochmal ins Tonstudio ein Lied aufnehmen. Psst, das ist ja eigentlich auch ein Weihnachtsgeschenk. Psst, spiel jemanden. So, psst. So, psst. Sag es kein weiter. Äh, zweitens, ähm, Schlittschuh fahren. Also, ich möchte ja noch Schlittschuh fahren dieses Jahr, wirklich. Tja, muss noch meine Schlittschuhe aus dem Keller holen. Und drittens, äh, ist, ähm, schwimmen zu gehen. Ähm, ich habe nämlich noch eine Schwimmkarte, die möchte ich einlösen. Und möchte halt sozusagen mein, ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich sag mal mein Traum, Traumaschwimmen. Also, ich habe so ein kleines, äh, Wasserschwimmtrauma. Ich gebe es zu, Leute. Das, äh, werde ich, äh, schaffen, ja, ich werde es schaffen, wieder ins Wasser zu gehen und zu schwimmen nach einem Jahr. Ähm, ich möchte auch dazu sagen, ich bin eigentlich die letzten Jahrzehnte und Jahre weniger schwimmen gegangen. Außer letztes Jahr und vorletztes Jahr, da habe ich nicht angefangen mit schwimmen. Eigentlich letztes Jahr. Da bin ich wieder schwimmen gegangen, Leute. Denn eigentlich bin ich ja so eine, die weniger schwimmen geht, weil, ähm, ich, ähm, als Kind, äh, fast zweimal abgesoffen bin. Oder ertrunken sozusagen. Ähm, und, ähm, bei einer, ähm, fast ein, äh, abgesoffener, bei einem, wo ich sozusagen, ja, ich wurde gerettet, Gott sei Dank. Wurde ich von einer, also ich war da in so ein Kinder, äh, Dings, wie heißt es denn nochmal? Ferienlager und wurde von einer, ich war noch nicht Schwimmerin, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war ja nicht in den tiefen Wasser, ja, und Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank, Dankeschön, Leute, dass ihr mich gerettet habt und das also mitbekommen, also ich hatte das ja gesagt, in der, in der, es gab halt so Gruppenhäuschen, da wo mehrere, äh, ähm, Ferienkinder, äh, drin waren und ich hab das dann erzählt und hab gesagt, ich kann nicht schwimmen, Leute, und bin halt trotzdem mit denen ins Wasser gegangen, ja, in diesem niedrigen Wasser, wo man auch drin stehen kann, ja, und dann, äh, wollte ich irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, ich wollte halt dieser, äh, ähm, ja, ich meine, ähm, wie heißt das denn nochmal? Kinderbetreuung, äh, äh, irgendwas fragen und die war irgendwie voll im Spaß mit den anderen Kindern, die schwimmen können und die hat sie einfach irgendwie ins Wasser geschmissen und dann bin ich dann da hingegangen, ja, und dann wurde ich halt ins tiefe Wasser geschmissen, Halleluja, wenn ich daran denke, kommen ja schon wieder Erinnerungen hoch, ähm, ja, und irgendjemand von meiner, äh, Gruppen, Kindergruppen, Singz, hat mich dann da rausgezogen und ich war erstmal, ich war erstmal bedient mit Wasser und Schwimmen, Leute, ich war erstmal wieder bedient, ich hab gedacht, ne, ich geh nichts mehr ins Schwimmbecken, ich geh auch nichts mehr in Wasser, ich geh nirgends wo mehr hin, ja, ich glaub ich war da sieben oder acht, keine Ahnung, soviel nochmal zu meinem Trauma des Schwimmens, jetzt ist das Video noch länger geworden, weil ich gerade so im, im Gequasche bin und, ähm, ja, ich hab noch schwimmen gelernt später, ja, aber erst später, ich hab auch mein Seepferdchen gemacht, ich geb's zu, aber ich hab irgendwie nicht aber, sondern, es ist halt so, Leute, wenn man dann irgendwie so ein kleines Kindheitstrauma hat, äh, dauert es vielleicht ein paar Jährchen, bis man wirklich, ähm, ja, ins Wasser geht, auch ins Tiefe und sich traut, äh, und sagt so, ich geh jetzt schwimmen, soviel dazu, aber es ist möglich, Leute, es ist möglich, das alles zu, zu, äh, zu verändern und, äh, auch Spaß daran zu haben, ähm, und trotz alledem wünsch ich wirklich kein, äh, dass man ins Wasser, äh, also in Wasser geschmissen wird oder, ähm, wie auch immer man aus Versehen oder wie auch immer, dass man halt halb ertrinkt, da möchte ich auch noch was zu sagen, ich hab meine, meine eigene kleine Schwester, ich weiß nicht, wie alt sie war, sie hatte noch diesen Schwimmreifen auch vom Ertrinken gerettet, denn sie hatte den Kopf unter Wasser und viele, viele Leute, ähm, also waren eigentlich daneben und keiner hat sie, äh, irgendwie hochgeholt und, äh, ja, da rausgefischt sozusagen und ich hab's, ich hab's gesehen und, äh, bin, das war ja auch kein tiefes Wasser, aber sie schwamm halt da gerade irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wo meine Eltern waren, ich glaub, die lagen da in der Sonne, ich weiß es nicht und ich war irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war meine Mutter auch da, was weiß ich, um der Ecke und keiner hat's gesehen, aber ich weiß, dass ich meine Schwester da rausgeholt hab, aus ihren kleinen, gelben, wie heißt es, äh, Schwimmreifen und sie hatte halt den Kopf unter Wasser und, äh, naja, sie kann auf jeden Fall schwimmen, ich glaub, sie hatte weniger so ein Trauma, weil es ein paar Sekunden nur waren oder so, aber ich hab nur gedacht, hallo Leute, hallo, wenn jemand da, äh, den Kopf unter Wasser hat, äh, oder überhaupt, äh, ja, fast ertrinkt, das ist zu retten, der Mensch ist zu retten, ja, ich meine, es ist doch so, Mensch, man sollte darauf achten, dass man, dass man, ja, die Leute, die tauchen können oder überhaupt tauchen gehen oder was weiß ich, wobei ich sagen, äh, möchte, es kann überall irgendwie was passieren, auch die Leute, die, äh, ja, gerade so dazu im Wasser rumliegen und so tun, als würden sie tauchen, da könnte man, also da könnte, in Anführungsstrichen, immer mal was sein, aber solange sie sich umdrehen und noch nach Wasser, äh, also nach Luft schnappen, ist alles okay, ne, nur mal so zu Informationen, denn man kann ja auch in Wasser einen Schlaganfall oder sonst was bekommen, ähm, das nur mein, mein Gedanke gerade zu diesem Thema, äh, jetzt beende ich aber wirklich das Video, weil es wird doch, doch ein bisschen langweilig, glaube ich, äh, um mir zuzuhören, wie ich gerade mein Schwimm, äh, Wassertrauma verändere, sozusagen. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen, Daumen hoch, wenn es euch vielleicht doch interessiert hat oder gefallen und wie, äh, wie gesagt, ähm, es ist eure Entscheidung, was euch anspricht, was euch interessiert und was ihr euch anguckt und anklickt. Ich freue mich immer über Kommentare oder wie auch immer, einen Daumen oder überhaupt, ich bin jetzt schon, ich bin jetzt schon so wie die anderen YouTuber. Mach mal Daumen hoch, Leute, ne, oder lasst es bleiben und, äh, schaut euch ein anderes Video an, es gibt genug, so, ah, ich lasse, also, wünsche euch noch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen, bis dann, ciao.